Anfang dieses Jahres ist Florian für uns in die USA geflogen. Dort ist er einem Gerücht aus dem Internet nachgegangen, hat mit Passanten gesprochen. Sind Sie jüdisch? Ich bin ein deutscher Journalist. Ich arbeite gerade an einem Podcast über Antisemitismus und Verschwörungstheorien. Das hier ist ein Ausschnitt aus meiner Recherche in New York. Im Dezember 2023 berichtet die jüdische Website Crown Heights Info, dass in Brooklyn ein illegaler Tunnel unter einer Synagoge entdeckt wurde. Diese gefährde möglicherweise die Statik. Verantwortliche der jüdischen Gemeinde sollen Anfang des Jahres deshalb eben diesen Tunnel zuschütten lassen. Doch als am 8. Januar 2024 die Zementmischer kommen, protestieren Mitglieder der Gemeinde. Es kommt zu einer Schlägerei mit der Polizei. Neun Personen werden festgenommen. Und dann geht es ganz schnell. Im Internet verbreitet sich ein Video mit dem, was angeblich unter der Synagoge entdeckt wurde. Berge von Knochen. Mein Name ist Elisabeth Kraft. Ich bin Redakteurin für Podcast und Audio bei Welt. Und ich bin Florian Seidler, Redakteur und Reporter bei Welt im Ressort Nachrichten und Gesellschaft. Und das hier ist der Welthistory-Podcast Alles Verschwörung. In Episode 1 haben wir euch drei Menschen vorgestellt, die an Verschwörungstheorien glauben oder geglaubt haben. Einen Idealisten, einen Influencer und einen Follower. Wir sind ihnen immer weiter gefolgt in ihre Welt. Und in Episode 2 haben wir uns gefragt, warum die sagen, was sie sagen. Und ob sie wirklich glauben, was sie sagen. Also, was Menschen dazu bringt, in Verschwörungstheorien ihre Wahrheit zu finden. Jetzt in Episode 3, Tatort Internet, wenn Hass und Hetze trenden, geht es darum, wie sich Verschwörungstheorien verbreiten. Und welche Rolle das Internet dabei spielt. Insbesondere Social Media. Das lief ich noch nach. Ich bin jetzt inzwischen in Brooklyn. Das war nochmal kurz eine Schrecksekunde, weil ich schon wieder geghostet wurde von dem PR-Team hier. Das ist eine Sprachmemo von mir aus Brooklyn, von Anfang Februar. Ich hatte Wochen vorher bei der Rabatt-Gemeinde nach einem Interview gefragt, auch zügig eine Zusage bekommen, dann aber gar nichts mehr gehört. Ich habe dann mehrmals nachgehakt, zwischendurch auch immer mal wieder eine Antwort bekommen, aber nie etwas wirklich Konkretes. Irgendwann war ich dann schon in New York und hatte immer noch keinen festen Termin. Ich habe mich durch Hotlines gewühlt und irgendwann Jacob erreicht, der mir sagte, dass mein Ansprechpartner jetzt erstmal ein paar Wochen in Australien im Urlaub sei. Er würde das aber regeln. Als ich von Jacob dann auch nichts mehr gehört hatte, bin ich einfach so nach Brooklyn gefahren. Und naja, da hat er mich dann irgendwie auf der Straße aufgegabelt. Während ich vorher die Menschen getroffen habe, die Verschwörungstheorien verbreiten oder ihnen anhängen, treffe ich heute in Brooklyn ihre Opfer. Ich warte in einem Café direkt neben der Synagoge. Jacob will mir einen Gesprächspartner besorgen. Nebenan ist es im Kindergarten, das hört man noch auf der Sprachaufnahme von eben. Im Gehen macht Jacob noch den bitterironischen Witz. Allein das würde wahrscheinlich gleich die nächste Verschwörungstheorie auslösen. Schließlich kommt er zurück mit einem ernst reinblickenden Mann, der aber jünger aussieht als seine 40 Jahre. Wir starten das Interview. Mein Name ist Rabbi Mordechai Leitstone. Ich bin Redakteur für soziale Medien bei Chabad.org. Das heißt, dass ich sehr viel Zeit im Internet verbringe. Und so bin ich direkter Zeuge nicht nur des Antisemitismus geworden, der hier in den vergangenen Wochen aufkam, als diese spezielle Verschwörungstheorie verbreitet wurde, sondern ich habe im Grunde die vergangenen Jahre das Schlimmste gesehen, was das Internet zu bieten hat. Kurz nach dem Bekanntwerden des angeblichen Tunnels wird auf dem Instagram-Kanal der jüdischen Nachrichtenseite crownheiz.info ein 57 Sekunden langes Video zu dem Tunnel gepostet. Es beginnt in einem fensterlosen Raum eines Wohngebäudes. Zu sehen sind Kisten an der Wand und zerknüllt das Papier auf dem Boden. Dann geht es eine schmale Treppe runter. Einmal um die Ecke und dann ist man in einem weiß gekachelten Raum. Über dem Treppengeländer hängt Kleidung und der Boden ist voller Erde und Steine. Darauf steht noch mehr Müll, unter anderem etwas, das aussieht wie ein Autokindersitz. Weiter geht es durch Gerümpel. Über braune Erde und in der gekachelten Wand ist ein Loch. Dahinter tut sich dann ein beleuchteter Tunnel auf. Dieser führt zur Synagoge. Was passiert ist, ist im Grunde, dass eine Gruppe vielgeleiteter Jugendliche die Synagoge erweitern wollte. Jeder will, dass die Synagoge mehr Raum bekommt. Gott sei Dank kommen ja auch so viele Leute. Die Jugendlichen jedenfalls dachten sich, wenn sie diesen angrenzenden Raum zugänglich machen, dann sei das die große Erweiterung, die jeder will. Das ist fast so wie bei Kindern, die sich eine Burg aus Kissen bauen und sagen, schau mal, das ist meine Burg, wie groß die geworden ist. Ich denke, das war der Gedankengang dieser Jugendlichen. Die jüdische Website Crown Heights berichtete am 22. Dezember darüber. Dann kam die Polizei. Ultraorthodoxe Jugendliche, die den Tunnel gegraben hatten, griffen die Polizei an. Man braucht ja nur online gehen und merkt direkt, das sieht nicht gut aus. Das hat die Fantasie bestimmter Leute im Internet angeregt, im guten wie im schlechten Sinn. Denn das Internet interessiert sich nicht für diese Missguarded Youth, von der Rabbi Lightstone hier spricht. Denn die Bilder passen aus ihrer Sicht viel zu gut zu dem, was jüdischen Gemeinden im Grunde seit vielen hundert Jahren vorgeworfen wird. Im Untergrund heimlich verdächtige Dinge zu tun. Am 13. Januar wird von jemandem auf Facebook ein Video auf Rumänisch gepostet. Zitat Das Video wird 3400 Mal geteilt. Über die jüdische Rabattgemeinde in Brooklyn bricht eine regelrechte Hass-Tirade auf Social Media ein. Dabei sind gruseligste Vorwürfe von Kindesmissbrauch und Menschenhandel, die verbreitet werden. Allerdings ohne einen einzigen Beweis. Schon allein das Video von dem rumänischen Account ist ein Fake. In Wirklichkeit ist das Video mehrere Jahre alt und wurde von Hobbyforschern im Tunnellabyrinth unter Paris gefilmt. In Brooklyn ist der Tunnel inzwischen mit Zement zugeschüttet. Ich kann mir die Stelle anschauen, an der der Durchbruch in der Synagoge sein sollte. Ja, man kann jetzt hier eine Holzwand sehen, in der manche Holzteile neuer sind als die anderen. Und das ist wohl die Stelle, wo dieser Durchbruch war. Der ist jetzt geschlossen worden. Das ist der Ort, wo dann die Polizei kam und so eine Art Schlägerei ausgebrochen ist und Bänke regelrecht geworfen wurden. Auf Polizisten, Pfefferspray-Einsatz. Ich finde es nur wirklich seltsam. Niemand weiß wirklich, was dort passiert ist. Aber dann spekuliert er doch. Man muss gar nicht zurück bis zu den Protokollen der Weisen gehen. Fuentes bezieht sich hier auf die antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion. Das ist ein Pamphlet, das vermutlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden ist, in dem Juden angeblich darüber beraten, wie sie die Weltherrschaft an sich reißen können. Diese Protokolle sind nachweislich gefälscht und von Menschen verfasst worden, die Juden hassen. Trotzdem werden sie immer wieder angeführt. Für Anklagen gegen die Juden oder als Rechtfertigung von Gewalt gegen sie. Unter anderem mit ganz aktuellem Bezug von der Terrororganisation Hamas. Es gibt eine Menge Literatur dazu, wie dieser Text tatsächlich entstanden ist. Aber auch hier wieder. Fakten interessieren Menschen nicht, die Verschwörungstheorien verbreiten. Wer das ein ziemlich gutes Beispiel für eine wirklich irrsinnige Verschwörungstheorie ist, die sich trotzdem hält, gehen wir darauf noch einmal genauer in Episode 4 ein. Also bleibt dran. Vielleicht hast du diesen Artikel gelesen, in dem ein chassidischer Rabbi interviewt wird und sagt, dass mindestens 50 Prozent der Jungen in der chassidischen jüdischen Gemeinde von erwachsenen Männern der Gemeinschaft belästigt werden. Das war ein chassidischer Rabbi. Es gibt sogar eine Nichtregierungsorganisation, die die Opfer unterstützt. Diese Dinge gibt es in dieser Gemeinschaft. Dass es Missbrauchsfälle auch in anderen Institutionen wie der katholischen Kirche gibt, das bügelt Fuentes als Scheinargument ab. Er sagt, die Zahlen seien nicht vergleichbar. Und überhaupt würden alle immer über die katholische Kirche herziehen und wenn man Juden kritisiere, dann bekomme man Ärger. Zum Glück gäbe es aber das Internet. Denn da könne sich jeder selbst seine Meinung bilden. Das Internet ist die beste Erfindung aller Zeiten. Wenn du intelligent bist und die Wahrheit wissen willst, wenn du neugierig bist, dann treibst du dich im Internet rum. Wenn du ein kluger Mensch bist mit großem Wissensdurst, dann bist du auf Wikipedia. Als elfjähriger Junge schläfst du nachts nicht. Du klickst dich auf Wikipedia von einem Artikel zum nächsten, schaust dir YouTube-Videos an. Und meiner bescheidenen Meinung nach, wenn du wirklich richtig schlau bist, dann findest du dort die Wahrheit. Du stillst auf die Dinge, die eigentlich tabu sind. Wie so oft sind Dinge, die angeblich tabu sind, in Wirklichkeit gar keine. Zu Missbrauchsfällen in ultraorthodoxen jüdischen Gemeinden hat zum Beispiel die New York Times umfassend berichtet. Für Fuentes gilt trotzdem. Das Internet ist sein Tor zur Welt jenseits der etablierten Medien. Die sozialen Medien sind schneller und weniger institutionell als herkömmliche Medien. Sie umgehen diesen Teil. Und das war für mich immer der Reiz. Es ging nie darum, wie ich möglichst viele Leute erreichen kann. Es hat einfach Spaß gemacht. Es ist lustig. Ich treffe auch wirklich lustige, intelligente Menschen. Und das ist das Interessanteste, was es gibt. Warum sollte man überhaupt irgendwas anderes machen? Die sozialen Medien jedenfalls, die nutzt Nick Fuentes ziemlich erfolgreich. Stimmt, dort hat er hunderttausende Follower. Und zwar weltweit. Zumindest, wenn man ihn findet. Denn Fuentes muss zwar immer wieder die Plattform wechseln, weil er nach und nach überall gesperrt wird. Aber America First, sein Politik-Stream, wenn man so will, der läuft munter weiter. Und da ist es egal, ob du in Deutschland, Indien oder South Carolina wohnst. Du kannst dir anschauen, was Mr. Nick Fuentes so über die Welt denkt und fühlt. Mit Journalismus hat das aber nichts zu tun. Nee, absolut gar nicht. Aber das Vertrauen in die etablierten Medien ist bei vielen Menschen inzwischen so niedrig, dass offenbar rein Meinung höher geschätzt wird als recherchierte Fakten. Oder beziehungsweise, dass kein Unterschied mehr gesehen wird. Laut der Mainzer Langzeitstudie zum Medienvertrauen sagen immerhin 17 Prozent, dass sie den Medien nicht oder eher nicht vertrauen. Und Social Media trägt entscheidend dazu bei. Denn dort sind Verschwörungstheorien nur ein Klick entfernt. Früher war das anders. Wenngleich das natürlich nicht heißt, dass es besser war. Also vermutlich die älteste Verschwörungstheorie, die man wirklich als eine solche bezeichnen kann, sind die Gerüchte und Erzählungen darüber, dass Christen im Juli 64 nach Christus den großen Stadtbrand von Rom gelegt hätten. Das ist Sven-Felix Kellerhoff, Historiker und leitender Redakteur Geschichte bei Welt. Das wird damals gestreut auch von Vertrauten des Kaisers Nero, der auf diese Art und Weise den Volkszorn über diesen Brand ablenken will. Und da ist halt die kleine und ziemlich exklusive Glaubensgemeinschaft der Christen, das ist ja nicht mal 30 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus in Jerusalem, ein geeigneter Sündenbock. Auch später erzählen sich Menschen jede Menge Halbwahrheiten und frei erfundene Geschichten. Manche glauben sie trotzdem. Besonders langlebig sind antisemitische Verschwörungstheorien vor allem in christlich und muslimisch geprägten Gesellschaften. Über tausend Jahre lang wird dieser Unsinn von irgendwelchen jüdischen Verschwörungen in ganz unterschiedlichen Formen schon erzählt. Da sind dann Elemente dabei wie die Christusmörder, wie Ritualmorde, wie Brunnenvergiftung, wie die Verbreitung von Krankheiten, sehr gerne auch der Versuch, eine jüdische Weltherrschaft, alles in Anführungszeichen natürlich, aufzurichten. Etwas kurzlebiger waren Verschwörungstheorien wie die, dass Illuminaten die französische Revolution verursacht hätten, Frauen mit roten Haaren Hexen oder Kometen himmlische Warnsignale für bevorstehende Katastrophen seien. Was diese Theorien gemeinsam haben, Es geht darum, Angst zu schüren. Und es geht oft auch um Macht. Machthaber benutzen Verschwörungstheorien, um Druck abzubauen als Ventil, um Unzufriedenheit in der Bevölkerung auf Sündenböcke zu lenken. Leute, die an die Macht kommen wollen, verbreiten und benutzen Verschwörungstheorien, um ihre eigenen Anhänger zu mobilisieren und gleichzeitig ihre Gegner zu diskreditieren. Und dann gibt es als dritte Gruppe auch noch die Verschwörungstheorien, die aus dem Bereich des normalen Gerüchte-Wesens, der Gerüchteküche in der Bevölkerung hervorkommen und eigentlich kein solches politisches Ziel ursprünglich haben, aber tatsächlich politische Wirkung entfalten können. Obwohl Verschwörungstheorien immer wieder zu Gewalt, Folter und Mord führen, verbreitet haben sie sich früher nicht so schnell wie heute. In der Regel blieben sie in geografisch und gesellschaftlich abgegrenzten Teilöffentlichkeiten. Der Grund? Die Verleumdungen und Gerüchte wurden vor allem mündlich weitergegeben. Das änderte sich erst ganz langsam in der Renaissance. Grund dafür war die steigende Alphabetisierungsrate. Ein paar Jahrhunderte später dann kam das Internet. Die Reichweite und die Geschwindigkeit der Verbreitung geben tatsächlich heute Verschwörungserzählungen eine ganz andere Durchschlagskraft als früher. Bis zur Einführung des Internets wurden Verschwörungstheorien meistens an Stammtischen entwickelt und verbreitet sich auf diesem Wege durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und plötzlich erreichen Stammtischtheorien die ganze Welt. Das beobachtet auch der Antisemitismusbeauftragte Michael Blume in Baden-Württemberg. Er ist Ansprechpartner für die Belange jüdischer Gruppen, aber auch für den Landtag, für Kommunen, Kirchen und Moscheegemeinden sowie für Bildungseinrichtungen. Also wir haben in der Geschichte immer wieder mit dem Auftreten neuer Medien eine Explosion von Verschwörungsglauben gehabt. Zum Beispiel wurde durch den Buchdruck Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus verbunden zum sogenannten Hexensabbat. Da hat man also Frauen und Juden vorgeworfen, sie verschwören sich. Heute haben wir eine ganz starke Möglichkeit durch das Internet, dass wir jede Form von Inhalten verstärken können. Das heißt, wenn jemand zum Rassismus, zum Antisemitismus, zur Frauenfeindlichkeit tendiert oder auch zum Antiziganismus, zum Hass auf Yesidinnen, whatever, dann kann die Person sich den ganzen Tag mit entsprechenden Nachrichten vollballern. Der Diskurs im englischsprachigen Raum, angeführt durch die USA, spiele dabei eine besondere Rolle. Also die amerikanischen Verschwörungsmieten sind immer so ein halbes Jahr voraus. Und dann werden die quasi von den deutschen Abnehmern, ich hätte fast gesagt Lizenznehmern sozusagen übernommen. Das heißt, es findet so eine Art Franchise-System statt. Die Leute gucken einfach, was funktioniert. So habe die Querdenken-Bewegung viel von QAnon übernommen. Nur ganz kurz, was es mit QAnon genau auf sich hat, das erfahrt ihr in Episode 4. Die Verbreitung von Verschwörungstheorien hat auch eine wirtschaftliche Komponente. Den Followern werden alle möglichen Produkte verkauft. Das können sowas wie Bücher von Verschwörungsfiguren sein, Heilsteine oder obskure Kryptowährungen. Und es ist natürlich ganz stark Politik. Und von dem her muss man sagen, so wie beim Film auch, sind die USA Marktführer. Matthias Leben hätte wahrscheinlich einen ganz anderen Verlauf genommen, gäbe es keine verschwörungstheoretischen Filme aus den USA auf YouTube. Darüber haben wir in der ersten Episode dieses Podcasts gesprochen. Hört da gern nochmal rein, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Matthias' Einstieg in die Welt der Verschwörungstheorien war ein Video, das seinen Bruder heruntergeladen hatte. Christian. Den habe ich auch getroffen. Was mir da als erstes aufgefallen ist, wie ähnlich er seinem großen Bruder sieht. Beide haben ähnliche Gesichtszüge und, so habe ich das zumindest empfunden, ein identisches Lächeln. Von Christian wollte ich wissen, wie er die Radikalisierung seines Bruders erlebte und welche Rolle das Internet dabei gespielt hat. Du hast ihm ja damals das YouTube-Video gezeigt, in dem der 11. September als Insiderjob beschrieben wurde. Das zumindest hat er mir erzählt. Kannst du dich daran erinnern, beziehungsweise wie erinnerst du dich denn daran? Wir haben damals einen gemeinsamen PC genutzt und ich war aktiv in so einem regionalen sozialen Netzwerk, was relativ modern war. Da war Facebook noch nicht so bekannt und regional wurde halt dieses soziale Netzwerk genutzt. Und es muss irgendwie auf dieser Plattform gewesen sein, dass jemand einen Link geteilt hat zu diesem Video-Film-Zeitgeist war der Titel und relativ plakativ meinte, wacht auf. Und ich bin dann irgendwie auf diesen Link gegangen und habe das Video runtergeladen. Das ist ein eineinhalb Stunden Film gewesen, nur die ersten drei Minuten im Prinzip gesehen und dann für mich entschieden, ist eigentlich inhaltlich nichts für mich. Der Videodownload aber, der blieb auf dem gemeinsam genutzten Computer, wo ihn später Christians Bruder Matthias ansah. Der wiederum schaltete nicht nach drei Minuten aus. Die Zeitgeist-Doku brachte ihn zuerst zum Nachdenken, später überzeugte sie ihn. Und so sprach er seinen Bruder auf den Film an. Das heißt, nachdem er dich dann nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, im Sinne von, hey, mir hat das gefallen, hast du dem Video sozusagen auch nochmal eine Chance gegeben. Genau. Ich habe tatsächlich mit Freunden zusammen das Video dann gesehen und mich mit den Inhalten auch ein wenig auseinandergesetzt. Ich war allerdings an der Stelle nie so absolut. Ich war auch dann nie so intensiv auf der Suche nach weiteren Antworten, nach weiteren Inhalten und so weiter. Da kam halt ganz, ganz viel von meinem Bruder. Natürlich habe ich mitbekommen, dass er dort immer, wer drin, versunken ist. Matthias hatte aber auch das Gefühl, dass es ihm gut tut, Erklärungen zu finden. Er war sehr enthusiastisch. Er wirkte sehr zufrieden und zu Beginn vor allem auch relativ ausgeglichen mit diesen Antworten, die er hatte auf Fragen, die wir uns natürlich irgendwie auch alle gestellt haben. Matthias bestätigt die Darstellung seines Bruders. Seine Online-Suche nach der Wahrheit wurde zur Obsession. Social Media zu seinem Ort der Information. Das erzählt er mir so auch im Interview. Im Verlauf hat YouTube einen riesengroßen Stellenwert gehabt bei dem Konsum der Inhalte. Für mich war es immer das eingängigste Mittel, wie ich mir die Themen aneignen konnte. In einem YouTube-Video fand ich immer die Inhalte am einfachsten zusammengefasst, manchmal noch durch, in Anführungszeichen, Beweisbilder unterlegt oder Beweisvideos, Zitate, die eingeblendet worden sind. Ihm ging es längst nicht mehr nur darum, Informationen einzuholen. Er suchte nach Bestätigung dafür, nicht verrückt zu sein, sondern Teil einer Gruppe von Menschen, die es einfach besser wissen als der Rest der Gesellschaft. Und die Algorithmen, die spielten ihm solche und andere Videos immer wieder in die Timeline. Es sind Talkshow-Formate, die sehr professionell wirken in gut eingerichteten Studios. Es sind teilweise Konferenzen, wo hunderte Menschen zusammenkommen und miteinander auch diskutieren. Und dann auch honorige Menschen oder Menschen mit gesellschaftlicher Stellung dort auch Positionen beziehen aus verschwörungsideologischen Bereichen. Matthias wird skeptisch. Wenn so viele die vermeintliche Wahrheit kennen, warum schweigen sie dann? Diese Flut an Bildern, die dann dazu führt, wo man denkt, das ist ja wirklich die schweigende Mehrheit, die dann hier sich versammelt. Und dass die Medien nicht drüber berichten, das kann doch nicht sein. Ob das, was er in den sozialen Medien sieht, wirklich stimmt, das hinterfragt er immer seltener. Wenn das Thema so offensichtlich ist, und ich war völlig überzeugt, dann ist es so, dass die Medien generell ein falsches Spiel spielen, dass die Politik generell darüber Bescheid wissen muss und es belügt. Und dann wird das bei anderen Themen halt auch so sein. Dann kontrolliert man weniger, weil man vertraut dann eher der Gegenseite. Es macht auch süchtig. Es macht süchtig, Inhalte zu konsumieren, wo man denkt, das weiß jetzt nur ich oder das wissen jetzt nur ganz wenige. Und ich stehe da bösen Menschen gegenüber. Und da gibt es eine Verschwörung, wo man es selbst in der Avantgarde, die es schaffen will, das Böse zu besiegen. Und immer mehr Leute um sich herum scharren möchte, um eben dieses böse System auch zu besiegen. Das macht süchtig. Und das ist brandgefährlich. Denn andere tun viel mehr, als nur Videos schauen und sie verbreiten. Über den Sturm von mehr als 400 Menschen, unter anderem mit Reichsbürgerflaggen auf die Treppen des Reichstagsgebäudes am 29. August 2020, haben wir schon in Episode 1 gesprochen. Eine Gruppe von Reichsbürgern um den hessischen Unternehmer Heinrich Prinz Reus plante außerdem einen gewaltsamen Umsturz, wollte Abgeordnete verhaften und Anschläge auf die kritische Infrastruktur, auf die Stromversorgung ausführen. Mitglieder der Gruppe mit Bundeswehr und NVA Vergangenheit sollten ein neues Militär aufbauen. Anfang Dezember 2022 wurden bei einer Großrazzia 25 Personen festgenommen. Die Reichsbürger hatten sich vorher im Internet zusammengetan. Die Rede ist hier nicht von irgendwelchen harmlosen Rentnern, wie das manchmal abgetan wird. Richtig. Was diese Reichsbürger genau wollen, das schauen wir uns in der nächsten Episode im Detail an. Aber, das schon mal vorweg, dass zum Beispiel diese kleine Gruppe um Heinrich Prinz Reus tatsächlich eigenhändig die Demokratie hätte abschaffen können, das ist sehr unwahrscheinlich. Trotzdem stellen bewaffnete Radikalisierte natürlich eine immense Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Einer Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung zufolge nutzen Vollverschwörer nach Selbstauskunft fast ausschließlich das Internet, um sich zu informieren. Als Kanäle werden häufig Telegram, YouTube und Google oder eben das Internet ganz allgemein genannt. Auch Epoch Times, Russia Today, Compact und das Who is Who der bekannten Verschwörungstheoretiker werden namentlich in eben diesen Interviews erwähnt. Darunter der Schweizer Daniele Ganser, die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herrmann, der ehemalige Radiomoderator Ken Jebsen oder eben auch Robert F. Kennedy Jr., kurz RFK Jr. SARS-CoV-2 ist mit Sicherheit ein Produkt der Biowaffenforschung. Wir haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, warum und wie es entkommen ist und welche Personen infiziert wurden. Der Drahtzieher der Biowaffenforschung im Wuhan-Labor war Xi Jingli, die auch als Batwoman bekannt ist. Das hier ist ein Video-Ausschnitt des US-Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr. auf Instagram. Dort wurde er zwar 2021 gesperrt, weil er solche Verschwörungstheorien und Falschinformationen zur Corona-Pandemie verbreitete. Inzwischen ist er aber wieder online. Ich habe gerade einen Fall vor dem Berufungsgericht gegen die Bundeskommission für Kommunikation gewonnen, weil sie die amerikanische Öffentlichkeit über die Sicherheit von Handystrahlung belogen hat. Jetzt müssen sie diese Regeln überarbeiten und sie mauern einfach. In den sozialen Medien folgen RFK Jr. immerhin Millionen Follower. Und die sind begeistert von ihm. Aber wer weiß, ob sie kritisch hinterfragen, was er da sagt. Für wen das Internet ein Ort der Information und für wen es ein Ort der Desinformation ist, das hat unter anderem mit der jeweiligen Medienkompetenz zu tun. Dass Matthias bereits als junger Mensch dauerhaft in den Online-Kosmos der Verschwörungswelt abgerutscht ist, das sei eher eine Ausnahme, sagt zumindest Tobias Meilicke von der Beratungsstelle Veritas in Berlin. Dass wir jetzt mit einer Generation zu tun haben, die mit dem Internet groß geworden ist, die mit sozialen Medien groß geworden ist. Und das zeigen ja auch Studien, die damit auch eine höhere Kompetenz entwickelt haben, damit auch kritischer umzugehen, als es teilweise ältere Personen haben. Also es gibt eine interessante Studie aus Amerika, wo man mal so ein bisschen geguckt hat, wer verbreitet eigentlich Desinformationen mehr. Und dabei kam dann auch raus, dass Personen, sage ich mal, über 60, fünfmal häufiger Desinformationen verbreiten, als unter 20. Weil sie nämlich in einer ganz anderen Zeit groß geworden sind, in der es, sage ich mal, eher nur die klassischen Medien gab. Zeitungen, Fernsehen und so weiter, denen man natürlich getraut hat. Ostdeutsche, zu denen übrigens auch ich zähle, würden hier eher eine Art Sonderfall bilden. Grund dafür ist, dass sie oft einen kritischeren Medienumgang hätten. In Ostdeutschland kommt zum Beispiel auch noch hinzu, dass, glaube ich, alternative Medien eher als das gute Medium anerkannt werden. Und das hat auch was mit der Sozialisationsgeschichte zu tun, dieser Menschen. Wir sind Menschen, die in der DDR groß geworden sind, sehr skeptisch gegenüber staatlichen Medien gewesen. Und haben eher die Alternativmedien als die ehrlichen Medien anerkannt. Das Ganze wird durch künstliche Intelligenz noch verschärft. Denn dank ihr können mittlerweile wirklich täuschend echte Videos und Audios fabriziert werden. Das hilft natürlich dabei, Unwahrheiten zu verbreiten. Hier ein Beispiel zu Mark Zuckerberg. Die KI lässt den Meta-Chef und Facebook-Gründer über Datenklau von Millionen von Menschen sprechen. Naja, das Bild ist so ein bisschen unscharf, die Stimme leicht verzerrt, die Mundbewegungen sind jetzt auch nicht 100% synchron. Aber den Unterschied hört und sieht man dann im nächsten Abschnitt des Videos. Und da gibt es wirklich noch ganz andere Beispiele. Hier zum Beispiel ein sogenanntes Deepfake von Hillary Clinton. Also ein mit KI manipuliertes Video und Audio. Darin sagt sie, dass sie Ron DeSantis möge. Der ist Gouverneur von Florida und ein Ultrakonservativer unter den Republikanern. Hier klingt die Stimme ziemlich klar und das Bild sieht auch echt aus. Da stimme ich dir total zu. Also auf den ersten Blick ist das wirklich unmöglich zu sagen, ob das jetzt echt ist oder nicht. Und falls ihr euch die Deepfakes mal genauer anschauen wollt, den Link, den stellen wir euch in die Shownotes. Jakob Guhl, Experte für Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien beim Institute for Strategic Dialogue in London, meint, die Deepfake-Probleme beginnen jetzt erst. In der ganzen Wucht, glaube ich, steht es uns definitiv noch bevor. Es gibt wie fast immer bei neuen technologischen Entwicklungen ein großes Interesse daran. Also auch jetzt gerade, wenn man sich anguckt, wie mit den neuesten Prototypen, die ausprobiert werden, wie hochqualitiv da AI-Tools beispielsweise Videomaterial erstellen können. Das sehen die natürlich schon als etwas, was auch möglicherweise für die eigene Propaganda und für die Verbreitung eigener Falschinformationen ganz spannend sein könnte. Sie ermöglicht Menschen, sich sprichwörtlich nicht nur im Keller zu radikalisieren, sondern das auch bei anderen zu tun. Strategisch, kriminell und sehr effektiv mit der neuesten Technologie. Wer nicht kritisch hinsieht und nochmal nachrecherchiert, der glaubt das leicht. Ja, weil es eben auch immer irgendwie eine Verbindung zur Realität gibt. Wie bei dem Tunnel in Brooklyn unter der Synagoge. Da gibt es den Tunnel. Nicht mehr und nicht weniger. Der Grund, warum das durch die Decke gegangen ist, ist der Krieg in Nahost und das Wort Tunnel. Hier spreche ich wieder mit einem Passanten vor der Synagoge in Brooklyn, bei der Recherche in der Rabatt-Gemeinde. Als das passierte, wussten wir sofort, was folgen würde. Ich meine, ich bin Jude und das ist einfach das Leben eines Juden. Jedes Mal, wenn jemand eine Geschichte über uns in die Welt setzen kann, wird er das machen. Das passiert wirklich jedes Mal. Sie stürzen sich darauf. Wir sind sehr, sehr vorsichtig mit dem, was wir in der Öffentlichkeit tun, weil wir wissen, dass die Leute jede Geschichte nutzen werden, die sich gegen Juden richtet, um uns damit zu verleumden. Das ist ein Teil des Jüdischseins, ein Teil der jüdischen Geschichte. Um Verleumdungen gar nicht erst aufkommen zu lassen, musst du besonders vorsichtig sein, denn es gibt Dinge, mit denen normale Menschen zwar davon kommen, wir aber nicht. Auf die lange Geschichte von Antisemitismus und Verschwörungstheorien, da gehen wir in unserer nächsten Folge nochmal genauer drauf ein. Also bleibt unbedingt dran. Das, was uns der Passant gerade erzählt hat, das ist Antisemitismus kombiniert mit Falschinformationen. Bei dieser Geschichte stimmt nur, es gab einen Tunnel, der von einer Gruppe radikaler Orthodoxa gebaut wurde, um die Synagoge zu erweitern. Und zwar ohne das Wissen der Gemeinde und des Rabbis, der den Tunnelbau auch klar verurteilte und sich von den Ansichten der Täter distanzierte. Alles andere ist erfunden, um Hass gegen unschuldige Menschen zu schüren. In diesem Fall Menschen, die jüdischen Glaubens sind. Aber wie ist das bei anderen Theorien? Zum Beispiel QAnon oder der Reichsbürgerideologie? Das schauen wir uns in der nächsten Episode unseres Podcasts an. In Episode 4. Dunkle Mächte und geheime Eliten. Wem können wir glauben? Wir wollen wissen, was haben die QAnon- und Reichsbürgerbewegung gemeinsam? Was unterscheidet sie? Und wie gefährlich sind ihre Anhängerinnen und Anhänger wirklich? Während des Abiturs bin ich dann auf ein weiteres Thema gestoßen über das Internet, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Und das war das Thema, was man heute als Reichsbürgerideologie kennt. Die Verschwörungserzählung, dass das Deutsche Reich heute nach wie vor bestehen würde und dass die Bundesrepublik in ihrer Gründung quasi eine GmbH sein soll. Wir schreiben heute hier in Berlin Weltgeschichte. Guckt euch um! Deutschland, eine GmbH. Was ist dran? Also haben manche Verschwörungsmythen am Ende doch einen wahren Kern? Und was unterscheidet echte Verschwörungen überhaupt von Verschwörungserzählungen? Man schaut immer wieder in den Himmel und macht sich Gedanken, sind diese Wolken tatsächlich gesprüht worden? Sind diese Kondensstreifen von Flugzeugen wirklich aktiv dorthin gesprüht worden, um etwas anzurichten? Das ist so, als ob man bei strahlendem Sonnenschein im Juli bei 30 Grad Lufttemperatur im Schatten herausgeht und sagt, es ist aber furchtbar kalt und regnet. Ich hatte niemandem was davon erzählt. Das spielte sich gedanklich in meinem Kopf ab. Das war der Welthistory-Podcast Alles Verschwörung, Folge 3. Tatort Internet, wenn Hass und Hetze trenden. Recherche Welt. Elisabeth Kraft und Florian Sedler. Redaktion Welt. Antonia Beckermann, Sonja Gillert und Elisabeth Kraft. Mitarbeit Welt. Imke Rabiga, Christine Rodriguez und Juliane Schneider. Autorin Anna Loll. Produktion DPA, Anne Krüger. Produktionsassistenz DPA, Jessica Lichetzki und Jonathan Penchek. Executive Producer DPA, David Krause. Ein besonderer Dank geht an Stefanie Bolzen, Alexander Dinger, Sven-Felix Kellerhoff, Lennart Pfahler und das Audio-Team der DPA. Verein, Rosen-Dcaste, Vielen Dank.